Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat sich von Trainer Jens Keller getrennt. Das berichtet Sky Sport News HD. Keller ist seit Dezember 2012 als Nachfolger von Hübs-Stevens Chefcoach bei Schalke. Seitdem gibt es Diskussionen um den 43-Jährigen. In dieser Saison hatte Schalke den Saisonauftakt verpatzt, zuletzt in der Bundesliga mit 1 zu 2 gegen Hoffenheim verloren. Ein Nachfolger steht auch schon fest. Wie Schalke 04 mitteilte, wird der ehemalige Chelsea-Trainer Roberto Di Matteo neuer Chefcoach.